Ich mache ja schon regelmäßig Klamottenvideos und wollte euch an der Stelle mal ein Update zu meinen Schuhen zeigen. Also welche Schuhe besitze ich und was trage ich im Moment sehr häufig. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich zeige euch heute meine Schuhe. Ein Satz dazu, ich trage auch Lederschuhe und das ganz bewusst, ich kaufe meine Schuhe entweder nachhaltig, sprich eben von einer nachhaltigen Marke oder ich kaufe sie second hand und da dürfen sie auch Leder haben. Denn ich habe in der Vergangenheit mit Kunstleder und Co. nicht so viele gute Erfahrungen gemacht. Diese Schuhe sind bei mir ratzifazig kaputt gegangen. Ich weiß auch nicht, an was es liegt. Keine Ahnung. Und wenn etwas schon auf dem Markt ist, denke ich mir halt oder entspricht es meinem Ideal, dass ich sage, gut, second hand Leder okay. Neu auf keinen Fall. Also ich kaufe niemals neues Leder mehr. Auf keinen Fall. Da ist es mir schon wirklich wichtig, dass ich dann darauf achte, second hand zu tragen. Ich würde einfach sagen, ich ziehe die Schuhe an und sage, ein, zwei Sätze dazu. Also seht ihr nur noch meine Füße. So, schwarzes Stiefelchen Nummer 1. Der hat da so eine Wildlederoptik. Keine Ahnung, ob es Leder ist. Ich denke nicht, weil auf Leder schon ist meistens immer so ein Lederzeichen drauf. Da ist nirgendwo eins zu finden. Also wird es mehr so Kunstleder sein wieder. Das ist so ein halbes Chelsea-Boots-Teilchen. Weil hier auf der Seite ist ein Reisverschluss. Hab gemerkt, das war vielleicht nicht so der positive Kauf. Er hat einfach der Preis wieder gezählt. Bei so etwas muss ich echt immer aufpassen. Das hat ein Zehner gekostet oder so. Also echt nicht viel. Und zu dem Zeitpunkt sind wir gerade zwei Paar Schuhe kaputt gegangen. Da muss ich zugreifen. Oder wollte ich müssen, tue ich gar nichts. Die mag ich ganz gerne. Aber ist nicht mein Favorit, bin ich ganz ehrlich. Der Schuh schon eher. Das ist der Rieker Boots. Die hätte ich mir auch nie im Original gekauft im Laden. Niemals. Das ist nicht gerade im Laden, wo ich Klamotten kaufen würde. Aber gut. Die finde ich gerade zu der Hose, die ich heute anhabe. Mega, mega rot. Die sind bequem. Waren am Anfang ein bisschen eng. Sie liegen wirklich extrem straff am Fuß. Aber so sollten Chelsea-Boots ja auch sein. Trage ich gerade echt ununterbrochen. Und ich mag die, aber ein Tag glatt ist, kannst du die nicht anziehen, weil die haben halt kein Profil. Da taucht du halt wirklich aus. Wenn es kalt ist, kommen die dran. Da sieht man, die haben ein Profil. Die sind von H&M oder so. Ich glaube, H&M. Die sind dicker. Mit Fütterung. Die kannst du halt echt nur anziehen, wenn es kalt ist. Große Liebe. So von der Schuhart. Also vom Runden her mag ich so Rundeschuhe lustigerweise mehr als Längliche. Wobei ich mir eben an den Rico Boots jetzt auch echt gewöhnt habe. Die mag ich echt gerne. Auch die mag ich gerne. Aber wie schon gesagt, die kommen halt wirklich nur zum Einzeln, wenn es echt kalt und rutschig ist. War es dieses Jahr noch nicht so. Der Schuh war schon x-mal. Wirklich richtig oft war der beim Schuhmacher. Aber die haben mich damals halt auch schon 400 Mark gekostet. Und zum damaligen Zeitpunkt war das echt mega viel Geld. Aber ich musste diese Schuhe haben. Und es hieß, je älter die werden, desto mehr Charakter kriegen sie durch die ganzen Falten. Und das sind wie gesagt Lederschuhe. Ich weiß, dass ich die mal in einem alten Video von mir hatte. Und ich da immer wieder angeschrieben wurde, ob ich die Schuhe verkaufe. Äh, nee, natürlich nicht. Ja, die habe ich jetzt nicht ganz so oft mehr an. Um die Schuhe zu schonen, lustigerweise. Aber ich könnte es immer wieder anziehen. Fand mir gerade auf. Die sind so Klackerschuhe, die hörst du. Da tust du richtig so Klacken. Ähm, wo es, äh, ja. Weil das ist eine recht harte Sohle. Aber auch spiegelglatt, wenn es da glatt ist, wie brauchst du sie nicht anziehen. Die sind auch einfach zu kühl für so kalte Tage. Die mag ich auch echt mega gern. Ähm. Die sind aber überhaupt nicht wasserdicht, wenn es da regnet. Kriegsschuh halt mega nasse Füße. Ist auch Kunstleder, weil wie gesagt, das ist eher ein Stoffschuh. Ähm. Die haben ja auch für 8 Euro oder so geschossen. Also mega günstig. Überhaupt die ganzen Schulen, die ihr jetzt gesehen habt, die haben alle so um die 15 Euro gekostet. Nicht mehr. Und, ja. Stiefelchen. Äh, da neige ich dazu, äh, nicht Nein zu sagen. Wobei ich jetzt Schwarze echt keine mehr brauche. Wie ihr gesehen habt, vier Paar reicht schon. Und, aber die hier, die mag ich wirklich, echt gerne. Und bin ganz froh, dass ich sie hab. Weil, aber wie gesagt, bei Regen kannst du die nähern, sie da hat gespätschnasse Füße. Neu Zugang. Ich hatte doch so Grüne. Die sind aber kaputt gegangen. Ähm. Ähm. Die waren schon länger extrem kaputt. Und dann haben sie irgendwann unten ein Loch. Und dann war es vorbei, weil die Sohle halt noch durchgelaufen. Und dann war, ähm, das sind Fenty Pumas, auch aus Leder, auch natürlich Sätenenten gekauft. Neu hätte ich die mir nicht gekauft. Die haben, glaube ich, 15 oder 18 gekostet. Und, ähm, so höhere Teile mag ich halt echt gerne. Ich glaube, die haben wir Creepers oder so. Ne? Also, Megacoma. Und die werden von mir jetzt auch kaputt getragen. Weiß ist natürlich immer so ein bisschen ungeschickte Farbe, weil das zieht Schmutz an. Aber, ähm, da bin ich jetzt so. Also, die müssen bei mir nicht hundertprozentig sauber sein. So, mein letztes Paar. Die sind allerdings hart kaputt. Man sieht's. Ne, die trage ich nur noch drin zum Sport. Wenn ich irgendwie einen Walk-Höckert mache. Und, ähm, gerade mal nicht barfüßig bin, weil sonst rutsche ich auf dem Boden weg. Dann sind die eigentlich ganz gut, weil du, ähm, ja, mit denen halt einfach ganz gut die Bewegungen nachmachen kannst. Ähm, die habe ich geliebt. Das sind BVB-Pumas. Die waren auch recht günstig, weil es halt eben BVB-Pumas waren. Hinten war auch BVB drauf. Äh, musste ich übermalen. Äh, habe ich natürlich auch gemacht. Ihnen auch BVB drin, ne? Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich mal wieder günstig an solche Teile komme, dann werden die natürlich mitgenommen. Ich mag halt so Oldschool-Schuhe. So Oldschool-Pumas. Also, die jetzt beispielsweise. Oder eben Adidas Originals. Die mag ich auch echt gerne. Mal schauen. Wenn ich mal günstig an sowas ranlaufe, dann wird das natürlich in die Sammlung aufgenommen. Und mal schauen, wie lang es die doch tun, weil, das ist halt, da löst sich der Kleber auf. Das ist übrigens auch kein Leder, das Kunstleder. Ich würde euch einfach in diesem Format auf dem Laufen halten, was so an Schuhen reinkommt, was weggeschmissen wird. Beim Weggeschmeißen blutet mir schon immer ein bisschen das Herz. Also, ich schmeiß so um die und Schuhe weg. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da muss ich wirklich radikal sein. Bei den Pumas, die da kaputt gegangen sind, die grünen. Habe ich lange gebraucht, bis ich die wegschmeißen konnte. Die waren wirklich kaputt. Die waren wirklich kaputt. Die habe ich auch immer wieder getragen. Und ach, solange es noch geht und so. Und dann habe ich mir die weißen geholt und habe mir gesagt, jetzt Tabula rasa, du musst weg. Wie mit den Weißen auch. Mit diesen, die da aufgeplatzt sind, die ihr da zum Schluss gesehen habt. Ich kann die nicht wegschmeißen, die Schuhe. Tut mir so leid. Ja, das sind meine Schuhe, die ich so Herbst-Winter anziehe. Frühjahr, Sommer kommt natürlich ein bisschen was anderes daher. Da würde ich dann nochmal ein Video machen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.